Hallo Leute, hier ist Marc Bellinghaus, euer Influencer und ich habe bereits eine Antwort auf diese Ablehnung des Landgerichts Münster und ich lese euch das jetzt, ich hoffe, schnell genug vor, ich versuche das so schnell wie möglich zu machen, deswegen halte ich jetzt nicht immer die Kamera auf meinen Bildschirm, es sind zwei Seiten und ja, eine halbe, zweieinhalb Seiten, aber es ist wirklich wichtig und ich werde das heute noch nach Hamm e-mailen und auch dann schicken, in gedruckter Form, meine Anwältin ist natürlich involviert, da ich mich ja selber nicht da präsentieren kann und darf, aber es ist ja nichts anderes als ein echter Justizskandal. Also, ich fange einfach mal an, ich werde dann jetzt, okay, ich probiere es mal, wie das so ist. Münster 23.04.24, sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt in Hamm, Michael Schwarz, sehr geehrter Herr Präsident des Landgerichts Münster, Ulrich Hambert, sehr geehrter Herr Vorsitzender Richter am Landgericht Münster, Herr Dr. Daniel Stenner, sehr geehrte Frau Richterin am Landgericht Münster, Karré, sehr geehrter Herr Richter am Landgericht Münster, Now Yorks. Was ich Ihnen allen hier und heute am Tag 6 nach meiner gerichtlichen Anhörung aus meiner Sicht einem echten Meilenstein dieses unterirdischen, knallharten Justizskandals zu sagen habe, ist wirklich nichts anderes als ein Verbrechen gegen mein Menschenrecht. Es wird vorsätzlich begangen gegen den Enkel von Angela Geli Raubal und ihren berühmten Onkel Adolf Hitler. Dieser Justizskandal, der sich mittlerweile ins 13. Jahr zieht, ist mit Worten nicht länger zu beschreiben. Und als Konsequenz werde ich vom aktuellen Justizminister von NRW, Herrn Dr. Benjamin Limbach, dem Beginn einer zwingend notwendigen Untersuchung beantragen und einfordern. Doch zuerst wollte ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihr unfassbar befangenes Urteil in der Sache 014O 462-23 gegen mich keinesfalls akzeptieren werde. Abermals, wie im Jahr 2021-22, wo das Landgericht Münster Justizia dermaßen vergewaltigt, geknebelt und ganz einfach weggesperrt hat und ich durch Ulrich Schamberts üble Handlanger allen voran, der nun als Totalausfall und gesetzliche Tretmine geoutete ehemalige Vorsitzende Richter am Landgericht Dr. Georg Bischof, der mich nicht einmal zu einer Gerichtsverhandlung vorlud, sondern mit Hilfe des jetzigen Richters, der auch nebenbei noch Pressesprecher sein darf, Herr Barton. Dieser Richter Barton, der mir meine Kunst, die ich dem Landgericht Münster anbot, es wegen bestehender Zweifel der Neutralität dieses unfassbar kriminellen Hauses versagte, also ablehnte. Genau diese Zweifel brachte ich am 17.04.2024 zum Ausdruck. Mein Vermieter und Retter aus meiner Not, der Samariter Herbert Walter, ist mein Zeuge, dass ich offiziell aufstand und in einem Statement als verkleideter Mönch, um den Dauerspielort des Theaters Münster zum Ausdruck zu bringen, denn das Landgericht Münster diente gestern Abend, also am 22.04. abermals als Spielort für die Aufführung Entnau-Hanau im Landgericht. Ja, das ist sehr wichtig, diente gestern Abend abermals die Dependance des Theaters der Stadt Münster und die Neutralität des Landgericht Münsters infrage stellte. Denn, Herr Schwarz, wie sieht das denn rechtlich aus, wenn das Theater Münster dort ständig Aufführungen abzieht und dann im Gegenzug ein Opfer eben dieses Theaters auch noch gerichtlich belangt wird, was es am 13.12.2023 durch den Erlass einer einstweiligen Verfügung klar und deutlich getan hat. Also, die haben mich belangt, die haben mir diese einstweilige Verfügung geschickt und das geht gar nicht, weil, wie gesagt, wir sind ja hier nicht im Staatszirkus von China oder so, wo der Staat da mitmischt. Ja, das ist genau vergleichbar und das ist harter Tobak, was hier abgeht in Münster mit dem Gericht. Mir sagen sie, sie sind nicht neutral, wenn sie meine Kunst nehmen und dann haben sie hier diese Klabauter-Männer zum Besuch. Ich habe mehr als deutlich bewiesen, dass ich der Urheber des Theaterprojekts Kinderhaus bin und dass Kinderhäuser von Karen Drees ein Raubprojekt, ein übles Plagiat meiner Theateridee ist. Und deshalb kann ich das unfaire Urteil dieser drei bösartigen und klar nachweislich befangenen Richter, die mich noch nicht einmal fragten, ob ich eine Pause bräuchte, als ich gegen Ende dieser Unrechtsverhandlung zusammenbrach und heulte, weil es auch um meine schlimmsten Kindheitserfahrungen ging. Ich hatte ja meinen Teddybär mit dabei und hielt meine alte Betty hoch, so wie es sich Karen Brees für ihr Plagiat meines Theaterprojekts Kinderhaus auch selbst abgeguckt hatte. Niemals, ich wiederhole niemals akzeptieren. Es ist ein Skandal, dass diese drei Richter, nachdem ich ihnen den Überraschungsbeweis in Klammern, ein Bühnenbild, das die Raubkopie Kinderhäuser als Diebin meiner Kunst vorführt, in Klammern zu, vor die Nase hielt, mich dennoch abwiesen, beziehungsweise mein Begehren. Ich habe die Generalintendantin Katharina Kostolmein bereits am 1.11.23 beim Polizeipräsidium Münster angezeigt und meine Strafanzeige lag für drei Wochen, Ausrufezeichen, dort, ohne dass irgendetwas geschah. Rein rechtlich ist diese einstweilige Verfügung also ein kompletter Rechtsbruch. Sie ist eigentlich hinfällig und nicht nur ein Formfehler, weil ich bereits am 1.11. Strafanzeige gegen das Theater Münster und Katharina Kostolmann stellte. Was danach geschah, ist klar für jeden sogar Justizlein, selbst zu sehen und zu verstehen. Es wurde dann sofort und schnell mit heißer Nadel an einem Maulkorb für mich gestreckt, damit ich einfach still bin, damit ich nicht sagen kann, das ist alles geklaut, was es wirklich ist und die können mir den Mund nicht verbieten und die können noch so viel meiner Artikel löschen. Die Wahrheit ist die Wahrheit und die ist trotzdem da. Es haben sich 500 Leute in dieser Petition gegen Kostolmann ausgesprochen. 500 Unterschriften, die waren hart genug zu bekommen. Das ist wirklich unfassbar und ich habe jetzt vor, nach Hamm vor die höhere Instanz zu ziehen und wenn es sein muss, bis nach Karlsruhe vor das BGH. Ich bin nachweislich der Urheber meiner Theateridee Kinderhaus und das werde ich positiv beweisen. Das habe ich am 17.04. mehr als positiv bewiesen. Es war nichts weiter als ein missglückter Versuch, dieser Dreirichter es mal zu probieren. Aber diese Unrechtsentscheidung gegen ein anerkanntes Missbrauchsopfer beider großen deutschen Kirchen, ein Opfer von immerhin vier MeToo-Straftätern, darunter den Kostolmann-Freund und ehemaligen Vorgesetzten Günther Beelitz, wird diese drei Richter Stenner, Naujoks und Carré künftig definieren. So wie es Dr. Georg Bischof 22 mit mir tat. Er war eiskalt und schmiss mich in der Höhe von Corona trotz all meiner ärztlichen Atteste und sogar Fürbitten der Kirchen einfach auf die Straße. Der Grund Hitler und Rauber natürlich. Und somit ist das Verhalten, welches ich seit 13 Jahren durch die Münsteraner Unrechtsjustiz ertragen muss, mehr als kriminell, rassistisch und absolut paradox. Es zeigt, wie gefährlich Landgerichtspräsident Schambert tatsächlich ist. Ich wurde abermals sogar während der Verhandlung von Sage und Schreibe drei Justizbeamten regelrecht eingerahmt und umzingelt. Das ist ein grob fahrlässiger Verstoß gegen das Menschenrecht, das auch für mich gelten sollte. Ich werde immer, wenn ich das Landgericht oder das Amtsgericht Münster betrete, wie ein gefährlicher Terrorist oder Irrer behandelt. Das muss sofort aufhören. Mit diesem Schreiben protestiere ich hiermit ebenso und auch an höherer Instanz gegen diese menschenrechtsverletzende Behandlung durch all die darin involviert sind. Schambert, Frobel, Frobel. Richterin Carré meinte am Anfang, dass mein fast 76-jähriger Vermieter Herr Walter mit einem Kabel im Gerichtssaal sitzen würde und die Verhandlung aufnehmen würde. Dass ich der guten Frau erst mal erklären musste, dass Herr Walter ein Brillenband, also ein Brillenträger, das ist einfach ein Band, was um den Kopf geht hinten, trug, beweist ebenfalls, dass diese Frau, wie beweist, wie diese Frau gestrickt zu sein scheint. Paranoia? Fragezeichen. Bitte helfen Sie mir schnell, Herr Generalstaatsanwalt Schwarz. Ich kann es wirklich nicht länger ertragen, was hier mit mir in Münster durch diese Macht der Justiz getan wird. Es ist hinterlistiger und wirklich krimineller Machtmissbrauch im Dreierzusammenspiel Frobel, Frobel, Schambert. Es ist ein Justizskandal. Es ist wirklich nicht mehr länger zu ertragen, was die Justiz Münster mit einem nach wie vor komplett unschuldigen Menschen hier veranstaltet. Bitte greifen Sie sofort ein. Bitte nehmen Sie mein wichtiges Begehren so schnell als möglich durch meinen heutigen Eilantrag an. Ich werde durch meine Rechtsanwältin Frau Irene Lippert in Billerbeck vertreten, die leider durch die Vielzahl meiner verschiedenen Fälle und Berufungen überarbeitet ist. In Klammern außer der unfassbar ungerechten Zwangsräumung, der ich durch dieses Zusammenspiel der Macht gegen mich zum Opfer fiel, habe ich alle Verfahren gewonnen. Das muss Ihnen doch auch signalisieren, dass ich komplett unschuldig bin. Ich kann so wenig für meine Abstammung wie Sie oder jeder andere Mensch ebenso. Ich möchte in Zukunft als Aktivist gegen Rechts und für den Frieden auftreten. Aber dieser Plan wird mir von dem Team um Schambert vorsätzlich verbaut und durch Urteile wie am 17.04.24 zunichte gemacht. Das geht doch nicht. Bitte schreiten Sie sofort ein. Dieser fürchterliche Justizskandal, in den ich leider bis über beide Ohren involviert bin, ist wesentlich härter, brutaler, hinterlistiger und gemeiner als der schlimme Fall des Justizopfers Gustl Mollert, welcher sieben Jahre unschuldig in der Psychiatrie sitzen musste. Bitte helfen Sie mir, da ich auch unter einer schlimmen Herzkondition, in Klammern linke Herzhälfte, ist durch den Inzest meiner biologischen Großeltern vergrößert, woran mein Vater mit 36 Jahren bereits verstorben ist, leide. Und diese Münsteraner Mannschaft mich mit Fehlurteilen in mein vorzeitiges Grab bringen will. Es ist wirklich, und das ist bei Gott kein Scherz, wirklich versuchter Mord, was die Staatsanwaltschaft Münster und das Landgericht und Amtsgericht Münster mit mir seit 13 Jahren veranstalten. Ich wurde von fünf Lügnern vor Gericht gemobbt und zur Unkenntlichkeit diffamiert, hingestellt, als sei ich ein Reichsbürger, ein Nazi, ein Leute bespuckender Terrorist und ein Mutterschläger. Hier in Münster wurde der Fall Mollert bis ins Detail von meiner eigenen Halbschwester Patricia B. 55 bis ins Detail kopiert und ausgeführt. Mir wird hier in Münster mein gutes Recht verwehrt, Herr Generalstaatsanwalt Schwarz. Es ist ein bodenloser Skandal, was hier geschieht, vor unser aller Augen und keiner greift ein. Ich wurde in homophober Art und Weise beleidigt, doch meine Strafanzeigen wurden allesamt einfach eingestellt. Die fünf Straftäter, die in vier verschiedenen Verhandlungen logen, bis sich die Balkenbogen in den Gerichten, sind weder bestraft worden, noch wurden mir die zwingend notwendigen Verfahren gegen diese vielen Falschaussagen gewährt. Bitte helfen Sie mir, denn ich weiß nicht, wer mir sonst helfen könnte. Ich kann ein solches Urteil absolut nicht akzeptieren, da Sie selbst sehen werden, dass alles vom Theater Münster von mir geklaut wurde. Bitte verbieten Sie endlich weitere Aufführungen des Theaters Münster in den beiden Gerichten Münster aus Neutralitätsgründen natürlich. Danke. Außerdem möchte ich, dass die weiteren Vorstellungen des Plagiats Kinderhäuser sofort untersagt werden. Mit freundlichen Grüßen Siegfried Schmidt-König alias Mark Bellinghaus. So, ich weiß nicht, das war's Leute, ich kann nicht mehr, das ist wirklich, was die mit mir machen, das ist echt kriminell, das geht nicht.